Ich erkläre jetzt einfach die Bedeutung dieses Satzes, nicht den Beweis, sondern die Bedeutung. Also x hoch r durch e hoch x soll 0 sein, wenn x gegen unendlich geht. Ich habe also da jetzt, statt diesem r könnte ich jetzt irgendeine Zahl einsetzen, hier so x hoch 7 durch e hoch x soll 0 sein. Wobei ja 2 hoch 7, also wenn ich für x2 einsetze, 2 hoch 7 ist ja viel größer als e². Das schaut so, da an der Stelle gewinnt der Zähler. Aber die Behauptung ist, langfristig gewinnt immer das e. Und ich gehe jetzt mal zurück zu diesen ganz normalen Brüchen, wenn ich sowas hatte. 2x² plus x durch 3x hoch 3 plus 7x. Wenn jetzt dieses x gegen unendlich läuft, dann haben wir uns gefragt, wer... Also Zähler und Nenner. Der Zähler will gegen unendlich, der Nenner will gegen unendlich. Also Millionen² ist sehr groß, Millionen hoch 3 ist auch sehr groß. In dem Fall gewinnt der Nenner, weil die Potenz 3 ist größer. Das heißt, in dem Fall habe ich 0. Okay, aber jetzt mal einen anderen Fall. Jetzt mal hier, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein hoch 5 gebe. Dann würde jetzt der... Wieder wollen beide gegen unendlich. Die Frage ist, wer gewinnt. Der Zähler gewinnt. Das heißt, hier kämen raus unendlich. Und dann gab es ja noch den Fall, dass die gleich stark sind. Ja, hier. x hoch 3 durch x hoch 3. Was kommt jetzt raus? Sind gleich stark. Da kommen doch zwei Drittel raus. Das heißt, bei diesem Satz geht es darum, Zähler, Nenner, wer gewinnt. Und wenn ich jetzt für R was Großes eingebe, also x hoch 100 durch e hoch x könnte man als Gefühl haben, hoch 100 oder auch 1000 oder auch irgendwie eine Million oder so, dass der Zähler vielleicht gewinnen könnte, ist aber nicht der Fall. Sondern e gewinnt immer. Also was man sich merkt, e ist immer, immer der Sieger. Oder wenn eben hier e hoch x durch x hoch 100, dann läuft es gegen unendlich für ganz große x. Und das ist jetzt nicht der Beweis dieses Satzes, sondern nur die Erklärung, was die uns mit diesen Buchstaben hier sagen wollen.